Du, Kimi, haben wir eigentlich das Geschenk mitgenommen? Ja. Bist du sicher? Mhm. Wie heißt nochmal die Frau des Gastkills? Ja, ja. Eigentlich sind wir alle Kaninchen. Ja. Rosa Kaninchen? Jo. Und du singst keine finnischen Lieder mehr unter der Dusche, ja? Ja, ja. Haben wir eigentlich das Geschenk mitgenommen? Typisch Rennfahrer. Typisch Rennfahrer.